Yo! Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben! Im heutigen Video schauen wir uns mit freundlicher Unterstützung von Rayphoto diesen tollen Multimedia Beamer an. Der kann, ja eigentlich zumindest laut Datenblatt, relativ viel. Ist nur in Full HD, hat ein tolles Touch-Display, 9500 Lumen, ganz viele Eingänge, WiFi, Bluetooth, Anbindung, bla bla und so weiter. Aber schauen wir uns das Ding mal an. Let's go! Oh, schick! Kommt in der Tasche. Habt ihr es gelesen? Das sieht aber schick aus, das heißt. Nichts mehr drin. So! So, machen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Die Tasche sieht schon mal sehr nice aus. Obendrauf Bedienungsanleitung. Fernbedienung. Erinnert so ein bisschen an Amazon Fire Fernbedienung. Kabel-Salat! Ach du Preisse. Hat einer sowas noch? Die gibt's noch? Strom! Ja, das sieht schon ein bisschen moderner aus. Hat er nie. So! Gar nicht mal so schwer. Taschen ist leer. Ach, das ist sogar ein Rucksack. Ist der nicht süß? Ha! Süß! So! Mal gucken hier. Tada! Da hieß das die! So! Also! Nicht besonders schwer. Sieht ordentlich verarbeitet aus. Hier ein paar Gummis, damit das Ganze nicht wegrutscht. Was mir direkt auffällt, keine Füße zum irgendwie nach oben verstellen. Oder ist das das hier? Ah doch, hier. Ah doch, hier. Ah doch, hier. Ah, hier haben wir ein Rädchen. Damit können wir es hochkant stellen. Das hätte mich auch gewundert. Okay. An der Seite hätte ich im Angebot einmal einen Klinkenanschluss für Sound, einen AV-Anschluss, zwei USB-Anschlüsse und zweimal HDMI. Dann haben wir hier die Linse. Die ist nochmal schön safe gesichert. Hier können wir dann die Brennweite einstellen. Bin ich sehr gespannt drauf. 300 Zoll bei Full HD. Wäre eigentlich nur Matsch, glaube ich. Dann haben wir überall hier auf diesem Klavierlack-Ähnlichen noch eine Folie drauf. Genauso wie auch den Tasch. Wifi-Anbindung, Bluetooth-Anbindung, native 1080p. 110 Watt verbraucht das Ding an maximaler Energie. Wir haben hier ein Surround-Lautsprechersystem. Da und da. Ich habe mir extra für dieses Ding und vielleicht auch noch für folgende Tests eine Leinwand gekauft. Die baue ich jetzt oben mal im Wohnzimmer auf. Und dann werden wir zusammen das Ding hier testen. Deshalb switchen wir jetzt die Location und kommen zum Test. Jo, so lieben, da ist denn nichts. Laut 1, 2 Wima bekommen, zwar eher keinen professionellen 4K-Dinger, habe ich mir eine schicke Leinwand gekauft. Und das Ding möchte ich jetzt mal zusammen mit euch aufbauen. Erstmal kurz ein paar technische Daten. Lese ich mal ganz kurz ab. Und zwar ist das von Amazon, von dem Selexon Store. Wir haben hier 2m x 2m. Entspricht 111 Zoll. Ist ein 1 zu 1 Format. Ob man das variieren kann beim runterziehen, ist nämlich inklusive Stativ. Weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich mal. Habe ich auch nicht gelesen. Ich habe auch noch mal bestellt. Preislich 79,99 €. Normal 89,99 €. Aktueller Stamm 79,99 €. So, fangen wir jetzt mal auf. Ich habe den Beamer aufgebaut. Ihr habt den Schnelldurchlauf gesehen. Ich habe mir hier die Leinwand gekauft. Das sind insgesamt 111 Zoll. Ziemlich easy aufzubauen. Ziemlich kompakt für seine Verhältnisse. Um das Teil nachher in die Ecke zu stellen. Aber erfüllt seinen Zweck. Und ich habe euch die unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es jemand interessiert. Für knapp 80 €, denke ich, ist das. Finanzierter weiß. Aber kommen wir zurück zum Thema. Und zwar kommen wir zurück zum Beamer. Nach dem ersten Start werdet ihr gefragt, in welcher Sprache ihr das Menü haben wollt. Hier ist erfreulicherweise deutsch verfügbar. Dann habt ihr hier die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr den Beamer bedienen wollt. Um den Beamer einzurichten, stellt ihr ihn als erstes irgendwo auf eine gewisse Distanz, wohin ihr stattfragen wollt. Und könnt dann am Beamer selber sowohl Neigungswinkel als auch Schärfe an der Birne selber einstellen. Das kennt man. Das sollte bekannt sein. Denn Zoom macht ihr digital. Das funktioniert hier unter Projektoreinstellungen. Hier könnt ihr, falls ihr das Ding irgendwie unter die Decke hängt oder so, oder spiegeln wollt, das Ganze drehen. Und hier mit dem Fokus könnt ihr zoomen. Also größer, kleiner. Je größer die Nummer, desto kleiner das Bild. So, jetzt seht ihr beispielsweise rechts ein bisschen Rand. Und so mit Fokus 23 passt es ganz gut hier rein. Nicht wundern, das Bild ist nicht schief. Es ist gerade soweit es geht. Ich muss den Beamer so ein kleines bisschen mit einem nach links versetzt aufstellen, damit ich hier ordentlich ein großes Bild hinkriege, anders geht es leider nicht. Ja, die Einstellung, also wirklich easy. Wir haben jetzt gerade es hell draußen. Also wir haben jetzt gerade 16 Uhr. Und ich habe auch noch das Licht an. Das Bild ist immer noch ausreichend hell, aber es könnte heller sein. Die 9500 Lumen kommen hier definitiv an ihre Grenze. Aber wir müssen immer noch bedenken, wir haben einen Beamer von unter 200 Euro. Also, als nächstes möchte ich euch dann mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt beispielsweise hier auf dem HDMI 2, habe ich ganz einfach mal einen Fire TV Stick angeschlossen. Hier hat gerade eben meine Tochter noch was geguckt und zwar irgendeine Kinderstunde. So, gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Und hier erkennt man dann, dass gerade schwarz relativ schlecht drüber kommt. Die hellen Farben sind noch in Ordnung. Und sobald man aber eine Lichtquelle reduziert, ich mach das mal kurz, wird es dann auch wesentlich besser. So, ich denke das sieht man selbst in der Aufnahme schon recht gut. Und wenn man dann noch ein oder zwei Vorhänge, wie ihr seht, direkt links ist ein Fenster daneben. Wenn man den noch runter zieht, hat man ein wirklich super gutes Bild. Aber jetzt irgendwie tagsüber draußen was zu projizieren, das würde jetzt nicht funktionieren. Aber hier irgendwie mal so ein Kino aufbauen, klappt wunderbar. Und eins kann ich euch sagen, das werden wir uns jetzt noch gerade kurz anschauen. Ich hoffe ihr bekommt das und könnt das so gut hören, wie es in Wirklichkeit auch ist. Ich mache einfach mal die Minions an. Der Sound, der da rauskommt, ist wirklich gut. Also, das kann man nicht anders sagen. Also, der Sound, der aus dem Gerät rauskommt, ist wirklich top. Also, das geht kaum besser. Ein letzter Nachteil ist, das Mikrofon ist am Beamer hinten. Und das ist nicht so ganz... Ja, zurück zum Sound. Wie gesagt, der ist halt, geht hinten raus am Gerät. Und das ist nicht so ganz optimal. Aber eigentlich hat das Mikro, bzw. die Boxen, einen richtig geilen Klang. Also, die sind eigentlich wirklich top. Dann möchte ich euch natürlich noch zeigen, wie das Ganze aussieht. Wenn man beispielsweise da drauf zockt, vielleicht ist das ja für den ein oder anderen Überlegung hier mit dem Beamer. Und deshalb switchen wir jetzt mal um auf die Switch. So, wer kennt es nicht, das gute alte Mario Kart. Und ich muss sagen, hier drauf zocken macht wirklich richtig Laune. Aber ich möchte euch noch zeigen, dass das Grid auf jeden Fall viel, viel besser wird, je dunkler es wird. Also, möglicherweise, die Farben kommen dann wesentlich besser rüber. Also, für einen Kinoabend oder einen Zockerabend in einem abgedunkelten Raum, ist das halt wirklich empfehlenswert. Also, ich habe gesehen, es kostet jetzt 199 Euro. Minus 40 Euro, glaube ich, Rabatt kommt im Moment bei Amazon. Ist unten in der Videobeschreibung, aber auch für euch verlinkt. Ist das wirklich eine Empfehlung wert. Und das macht Spaß. Sowohl das Zocken, als auch damit ein Filmchen gucken. Kann man das in die Fall mal machen. Und wenn man irgendwie sowas tut. Ich habe jetzt hier nichts Schlechtes dran gefunden. Wie gesagt, einzigste Manko ist wirklich, die 9500 Blumen kommen bei maximaler Helligkeit draußen, beziehungsweise mit zusätzlicher Lamm innen, nicht mehr so komplett. Aber wir schauen uns jetzt mal an, wie viel besser das Grid noch wird, wenn ich jetzt noch die Vorhine dazu ziehe. So, jetzt mal kurz noch mehr. Nummer eins. Und... Nummer zwei. So, nochmal ein bisschen abgedunkelt, wie ihr seht. Und das Bild kommt jetzt wirklich richtig nice über. Also, jetzt bei so einem halbdunklen Raum, kann man wirklich gar nichts mehr aussetzen am Bild und an den Faden. Deshalb, klare Kaufempfehlung. Also, kommen wir zum guten Schluss, zu einem Fazit des Dimas. Preislich liegen wir hier bei 200 Euro, minus den Ratat-Coupon, den es im Moment da mal so gibt. Das ist ein Preis von, ich glaube 159 Euro. Wir haben hier eine ordentliche Helligkeit, die zumindest ausreicht, wenn man den Raum ein bisschen abdunkeln kann. Und man kann damit ein ordentlich großes Bild, wie das hier ist im Übrigen 111 Zoll, projizieren und das Bild wird nicht matschig. Wir haben verschiedene Einstellmöglichkeiten, der Größe, der Diagonal und der Schärfe am Gerät, beziehungsweise in den Einstellungen des Geräts. Wenn man keine mega Erwartungen hat und nicht irgendwie draußen Public Viewing machen möchte und ein Football Match zeigen, kann man das Ding hier bedenkenlos kaufen und einfach drinnen, indoor ein bisschen Spaß damit haben. Mit einem richtig guten, großen Bild, vor allem die Anschlussmöglichkeiten, die sind echt super sprechen. Also, wirklich, kann ich euch ans Herz legen, macht mir richtig Spaß und wird auch hier irgendwie im Einsatz bleiben. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich das fest fixiere und wo ich immer mit der Leinwand hingebe. Vielleicht kaufe ich mir noch eine, die ich irgendwann in die Wand mache, aber erstmal. Das ist auch wirklich top, die ist preis-leistungstechnisch wirklich super und hat ein schönes Weiß, sodass alle Farben ordentlich dargestellt werden. So, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann bitte klicken, liken, abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Es kommt in nächster Zeit noch ein kleiner Klima, so ein Mitnehmen-Klima. Okay, tschau.